Hey, wo bist du? Nein, nein, es ist schwierig mit dem Anschlag von einem Ei, weil es ist immer so ein Ei. Also so die Stimmen bei der... und man müsste so aus dem Hauch heraus... Ich versuch's, ich versuch's. Ich werde es ein bisschen probieren. Ja, es wird sicher ein paar Mal schief gehen, aber wer weiß, vielleicht kann ich so singen. Okay. Nicht ganz so, aber du weißt schon, was ich meine. Ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Hey, I wondered if you would be the one that I could see right into, into me. Hey, I wondered if you would be the one that I could see right into, into me. Hey, I wondered if you would be the one that I could see right into, into me. Hey, I wondered if you would be the one that I could see right into, into me. Hey, I wondered if you would be the one that I could see right into, into me. Hey, I wondered if you would be the one that I could see right into, into me. Hey, I wonder if you would be the one that I could see right into, into me. Hey, I wonder if you would be the one that I could see right into, into me. Untertitelung des ZDF, 2020